Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Counter-Strike Global Offensive zusammen mit dem Skrull Oh ja Und wir sind auf die Arsch unterwegs und gehen nach B Hi Team, how are you guys being doing? Alter Why do we not talk? I want to have a conversation with people I don't know Alter Ja, it's my ability Hi Gut, stept halt rum, die bekloppt Alles klar, der drückt so ein bisschen Oh Sorry Oh shit, einer direkt auf den Front Sorry, my friend Stirb doch mal Das stimmt nicht Warum plant dich auch nicht, Idiot Zwei Leute Kitchen Oh sorry Oh, dass du dich auch wieder auf sowas einlässt ey Was denn, ich hab sie überlebt Er auch Zwei Leute Kitchen scrollen Ja, das ist okay für mich Ja, das sind die letzten zwei Ja, das sind die letzten zwei Was ist denn schon wieder? Ich warte Wo sind die Bombe? Der ist rausgesprungen nix Los Easy Lackershot Okay, Green, let's be friends Oh, fuck you Haha, motherfucker Das war jetzt so bescheuert ey Das war jetzt so bescheuert immer alle Helder drücken das ist noch ein, ne? mal ausdurch wer könnte... Oh, haben wir fast gut geimt? Ja, überhaupt nicht. Gerade ausdurch? Hier? ZDM? Nein, den meine ich gerade, du hast Bombe außerdem Ich weiß Ja, läuft, oder? Ja Wenn du was getroppt brauchst, sagst du Bescheid? Ja, alles cool Gut Das sind heute wieder extrem gesprächig hier Gut, man muss sagen, es ist spät Ein Offspot Ist das? Schon was gesehen? Nee, ist das, guck ich grad Nee, ist das, ist clear Ach komm schon CT ist auch was Ah, anders Ding Ist das gleich No, es sind noch zwei auf Spot Oh shit, die Flash war nicht gut Oh shit, die Flash war nicht gut Echt? Sorry Hinten, hinten, äh, Django Django Hab ich No, ich mach einen Stairs Fuck Hab mal in der Acker Nice Fuck Fuck Lass guess den TT Fuck Ist abgeprallt Hab ich gesehen Oh Was ordentlich, Scheune Hast du den gesehen? Ja Das ist alles wieder um So wie zu meinen besten Zeiten, hey. Okay, fast so wie zu meinen besten Zeiten. Oh, Alter, was die drücken, ey, manchmal. Das alles immer Lackshot sind, ich weiß es nicht, ey. Jungle oder so muss das sein, glaub ich. Was ist das? Da hat er mir den Aus gerettet. Und das nicht nur minimal. Jetzt dürftest du mir eine A-Karte droppen, wenn du magst. Ich kann dir meine OMP droppen, weil ich nicht 14 Karte... Obwohl meine OMP will ich behalten. Wisch, komm. Dann krieg ich schnell das Geh. Hört mich vorgehofft, sorry. Gut. Kriegen wir hin. Let us go, let us go. Hey. Oh, da pusht sich jemand. Ja, nicht mehr. Ich hab ja nicht mal die Bombe da. Ach, ernsthaft, da steht eine Action. Warum denn immer mich? Sosho, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich nenn mal deine Waffe mit, okay? Ich bin mal so frei. Ja. Ich kann sie dir auch wieder droppen, wenn du willst. Nö, jetzt hab ich genug Kohle. Glaub ich, doch hab ich, ja. Ich steh 8-1-0. Freut mich. Was für noch? Ja, wow. GG. Ne, Gif. Ja. Komm mal, A. Komm mal, A. Ich hoffe, die drückt jetzt auch so gut wie die OMP. Ja, die drückt genau so gut wie die OMP. Was schreibt der denn da? Love my ass off. Kennst du LMAO nicht? Doch, natürlich. Ich hab eben insgesamt gemeint, was der im Chat schreibt. Ach so. No fucker, you're so ugly, lol. You look like you're gay. Jetzt raschelt er aus und macht Doppel-Neggif-Kill. Und dann, dann kennst du das. Du, du kennst das doch sicherlich, das hat man früher als kleines Kind immer gemacht. Ja, 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 ja. Wenn man so, wenn man so jemanden getisst hat. Ja, 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 ja. Da hat man doch so den, den einen Zeigefinger über den anderen Zeigefinger gerieben und so, ah, ha, ha, ha. You know what I mean? Nein. Kennst du das nicht? Nein. Drop mir meine AK, bitte. Und am besten Orange auch. Nein, dann drob ich nichts. Ja. Jetzt darf ich mich auch mal gern wieder zusammenreißen. Die letzten drei Runden habe ich keinen Kill mehr gemacht. Oh, ich bin jetzt auch einmal gestorben. Oh, da ist einer. Da ist jemand, da kommt jemand. Truck. Trap? Truck. Ach, Truck. Truck. Was? Mit herf. Wo schockt der denn? Auf jeden Fall sieht er mich. Auf jeden... Alter, das schockt mich überhaupt wieder auf. Junge, hinter dir. Retard alert. Komm, die macht er jetzt. Schade. Ey, der Rosa kann aber auch nur was mit seiner P90, wa? Ja, natürlich. Boah. Könnte ich schon wieder brechen, ey. Die machen Eco, gell? Was? Zum Teufel. Ey, der nennt der ne Umfälle 11.000 hat. Ja, bitte hab ich voll gut getroffen vorhin. Schaut ist was. Das ist ein B-Short. Hier oben liegt ne P90, wenn du eine willst. Ach, ne Galil. Window ist was. Also Jungle. Oh, ne Short ist ne Arfe. Ach man, wie kann ich denn immer so unlucky sein? Jetzt fällt ich's nicht die Arfe. Das ist das. Das ist das. Nice. Das ist das. Schade, da war ich's. Blaschka BB-Shark Nein, der ist inzwischen schon Connector. Der hat mich aus dem Connector geholt. Spielt ja ein bisschen Cowboy, hä? Warum auch immer. Warum kauft er sich keine Kevlar und nur eine Duel Berettas, wenn er über 6.000 hat? Oh, den Spielstil mancher Leute, den muss ich nicht verstehen. Warum träumen wir den nur so rein? Keine Ahnung. Alter, seit 5 Runden habe ich überhaupt nichts mehr gewissen. Ich sage überhaupt nichts, dann meine ich auch überhaupt nichts. Sorry. Alles klar. Geh, geh. Geh, geh. Auf jeden Fall schießt du vor. Willst du mich verarschen? Der schießt immer vor, Sascha. Der kommt immer schießend um die Ecke. Guck du mal nach unten, bitte. Ich bin fast tot. Shorts und Steps. Da hat einer eine Zoom-Waffe in Aave oder so. Okay, let's go, ey. B-Short ist einiges. Ja, deswegen gehen wir auf A. Alter, der wills. Einer kommt mit 5 HP in den Connector. Das darf man ja keiner zählen. 5 HP sagst du? Ja. Oh. Hahaha. Blending. Boah. Halt die Fresse. Blenden, ne? Langsam blenden. Bis alleine. Ge-Dev, ge-Dev. Nice. Letzter ist damit der Negev. Könnte von CT vielleicht kommen. Nein, nein, rechts. Nice. Die spielen jetzt nur Schrot finden. Alter Schwede, ey. Boah, nee. Diese Folge darf ich nicht veröffentlichen. Warum nicht? Was ich in letzter Runde gebracht habe. Komm, Sascha, komm mit mir mit, bitte. Sascha. Ganz stark. Was ich in letzter Runde gebracht habe, darf man niemanden zeigen. Ich bin ein gesamtes Skalier-Magazin daneben. Und das, obwohl der Typ mich nicht sieht. Alles klar. Boah, diese rosa wieder, ey. Deswegen hasse ich es auf diesen Ränken zu spielen, ey. Wenn jeder P90... Oh, ich treffe den nicht, ey. Das ist ganz schön lucky gewesen. Der ist unter, unten, Ding. Wow. Also, das war ein bisschen kritisch, muss ich sagen. Aber er ist trotzdem zu schlecht gewesen. Alter, 15, ey. So, und er ist da mein Skill. Den P90 von Bison kann man nicht so viel Skid zeigen, aber... Ich sehe ihn... Underground. Dann du das. Warum schießen die sich denn jetzt auch noch gegenseitig... Windows, was? Ja, ich lasse mal hier Bob und Bobo vorwärts. Die sollen hier reinrushen und sterben. Loll, B ist clear. Ich gehe mal kitchen, okay? Feder umfallen! Nein! Das ist was. Und... Window. Oh, steht der Ficker mit so einer Scheißschrotze da? Sie dürften eigentlich nur vor da kommen. Der letzte auch, eigentlich. Ja. Nice. Und lauf. RIP! Nein! Scheißlacker, ey. Oh, der trauend. Sascha, der trauend. Bei mir zu kotzen. 17, 34. Spiel richtig schlecht. Schon wieder B. Ne, ne, ne. Mitte gehe ich nicht. Wenn es wirklich ist, da steht eine Awe drin. Ja, und selbst wenn es im Connector steht. Alles klar. Ne, das steht vorne um die Ecke. Pass auf. Ne, okay, ich hätte es nicht mehr. Ne, im Ding drin. Ah, der hat mich getötet. Ich habe die Bombe aber noch geplantet gekriegt. Danke. Der hat so lange gebraucht, dass ich sogar noch die Bombe geplantet gekriegt habe. Der kommt auch oben. Leute, wie schnell ist der denn da reingekommen? Och, komm, nimm dein Messer weg. Schafft er nicht mehr. Alter, der eine steht da. Eins, zwei, zehn. Der hat mich auch noch weggeholt gerade, ey. Echt? Ja. Aber ich war echt verwundert, wie schnell der da rechts rübergekommen ist. Ah. Wollen wir mal, wie wenig Geld ihr alle habt? Was ist los mit euch? Wir sollen ruhen, die Ecke. Ach, ja. Komm, das ist doch jetzt ein chilliges Spiel, Sascha. Pass auf, jetzt machen sie gleich die Hacks an und jetzt verlieren wir noch. Ah, spielen wieder Bob und Boba wieder mit ihren Schrotflinken. Hoi. Was sind die denn? Lol, Boba hat sie gemacht. Warum rennt er da rum? Warum? Nass. Ach, wieder P90. Ja, hat mich auch gemacht. Und ist irgendwo längst gerannt und so keine Sau längs rennt. Da hat er kein Grund zu längst zu kommen. Boah, schlecht ist er im Team, ey. Ich muss langsam aufpassen, sonst holt mich Purple noch ein. Kommst du mit A? Nö. Ja, sorry. Oh, ich muss noch mein Bier aus der Gifrit drüber holen. Fällt mir gerade so ein. Weißt du, wir gehen fünf Runden nach B, trotzdem stehen sie alle A. Auf die Distanz mit der P90, ey. So, das war an Wacki. Hast du ihn erwischt? Natürlich hab ich ihn erwischt. Oh, natürlich hab ich ihn erwischt. Mama. Ich hab ihn unter die Beine geschossen. Ey, was ist denn höher, ey? Mit einer P90, eine 2311er KD, ey. Ja, was willst du denn machen? Der rusht halt die ganze Zeit nur. Boah, dropp mir mal was, bitte. Wenn der Galil reicht mir. Ne, komm, da kriegst du was richtiges. Oh. EG. Okay. Okay, ich spiel auch mal wieder mit der SG, irgendwie mit der Ding klappt's gerade nicht. Mit der AWE klappt's gerade nicht. To protect the world. Von der Vestition. Echte Frascha. Die erste Runde, wo er voller P90 weggeht, hat er natürlich eine AWE und macht Ballard nicht weg. Hä? Der hat meine AWE eingesammelt. Natürlich hat er eine AWE. Ja, natürlich hat er eine AWE. Oh, ich hab auch so Premium geschossen, dass ich dem gerade nicht mal... mal Schaden gemacht hab. Ja, ja. Äh, ah. Der macht es solo. Sascha, rede mal ein bisschen. Bist du schweigsam, was ist los? Nix. Oh, toller. Ach, Bierchen ist alle. Was ist los? Ja, bei mir leider auch. Finde ich auch grün. Was hat denn grün gesagt? Keine Ahnung, er hat hammermäßig übersteuert und... Ich verarschen. Alter, wer der... Ich verarschen. Was denn los? Äh, musst du mal eine Aufnahme reinhören. Ah, ja, jetzt... Der fickt uns die Trommelfälle weg. Der will jetzt auch noch hier Klicks haben, hey, der Sascha, der alte zieht geiler. Was, Siegoyner, Junge? Junge. Komm, ich mach jetzt den Sascha-Move. Ich hol mir jetzt den Kevlar. Ja, dies war hab ich für keinen Gold. Ja, der ist schon hier. B. Auf jeden Fall drückst du mir. Im Sprung, Alter. Wow, ich hab 6 HP. Ja, ich 22. Die Planten. Ach, natürlich, der hat mich direkt getötet. Ja, nichts gerissen, die Runde. Links steht einer direkt. Der Rosa wieder! Oh, ich hab so eine Hasskappe auf den Typen. Das ist der Shit, der Junge. Leute, er hat zweimal mit der Diegel getroffen und der ist nicht tot. Die maximale Streitschlüsse sind. Ich wollte gerade sagen, wie konnte er sich Kevlar und Diegel leisten. Der war geskillt, der Bub. Weißt du, jetzt geht der Ibrahimo... Ja, er geht richtig ab mit 4.11. Ja, mit mir gern. Wow, der Rosa! Ja, bleib auf jeden Fall stehen, du Vogel. Das ist der B-Side, vielleicht underground. Oben. Komm, oben. Einer B schon, hinten beim Truck. Ja. Oh, einer... Connector. Fuck. Hab ihn nicht getroffen. Und schon wieder der Typ mit seiner P90, ey. Der Junge. Fuck. Er macht mich so färbig. Ich hab ihn nicht mal getroffen, angeblich. Er ist auch ein Kack nu. Hä, das Blut ist aber gesprinzt. Was macht das für einen Sinn, Alter? Hachet Orange rum. Warum? Weil die, wo was reißen, nichts mehr reißen. Was? Ja, guck dir das doch mal an. Wir waren die einzigen zwei, die irgendwas hier gebacken haben, ey. Das sind doch einfach scheiße. Ich will jemanden tasern, ich bin ganz fit, Jäger. Bitte lass die Bombe auf A sein. Bringt's eigentlich viel Kohle zu tasern? Keine Ahnung, aber jetzt hab ich vorhin ins Mikro gepostet, sorry. Wo hast du so wenig Kohle? Ich hab mir mal eine, ich hab Fläu gekauft, so wie Dr. Sascha. Und dann hab ich mir mal eine Five-Seven gekauft. GG. Ja, mein Gott. Five-Seven nehme ich auch mal mit. Ach, ist ne geile Waffe. Und Kevlar. Ich hab meinen Glücks-Crew nicht in den Glück geschossen, da war nur das Leben. Sepp's. Ich glaub, die ist mal Underground. Ne, die kommen hier. Natürlich, da hat... Der kam preshooten gerade um die Ecke und hat mich weggemacht einfach. Ich hab' nicht mehr einen Schuss abfeuern können. Ich hab' nicht mehr einen Schuss abfeuern können. Okay. Okay, jetzt wird Feuer mit Feuer bekämpft, jetzt ist mir egal. Ahhhhhhhhhhhhh, erst mal Strecken. Erstmal P90. Achja Problem ist, dass die Klamen Vorteil sind. Warum? Wie soll ich dann schnell auf kurze Distanz kommen? Alles klar. Lass mich nicht mit den beiden voll Idioten hier. Doch, doch. Viel Spaß. Warum? Ja, geil. Ich mach auch noch fest. Okay. Und das ist wieder B. Ja, tatsächlich. Sie schlagen sie sogar zurück. Nein, die sind alle weg. Der Ibrahim-Mongo hat mich wieder getötet. Der tötet mich gerade jede Runde. Hast du gesehen, was ich mit deiner Affe gemacht habe? Nö. Kannst du mir bitte eine A belegen? Danke. Hier, du machst nichts ordentliches damit. Jo, alles klar. Da sind halt alle B. Ne, ich geh nicht B. Ich guck den. Mit der erst mal kurz. Na gut, als ob die mit dir kommen. Die kommen wieder nach. Alter, der Rosa. Der Rosa. Der Jogel-Mummi so fertig. Wer hat alte Träume von dem haben, ey. Bitch. Ich bin bis jetzt echt jede Runde gestorben. Hast du das gerade gesehen, wie ich den getötet habe? Das war ganz schön aus, oder? Auf R-Spot ist noch einer. Oh, du bist... Sehr schön. Sind die noch zu zweit? Tatsächlich. Ich bin bis jetzt die Runde gestorben. Ich bin jetzt verwirrt. Das hätte eigentlich unsere Runde werden müssen. Ja gut, ich mach auch ne Echo. Alter, ist das schlecht. Ich bin jede Runde draufgegangen. Ja, ist das schon passiert. Nee, doch nicht. Eine habe ich überlebt. In der Mitte sind Steps. Hier kommen sie wieder bei mir. V-Guys, 2. 1 Orb. Mitte ist auf jeden Fall rot. 1, no, ground 1. Ne man, sie haben auf A geplantet, sehr gut, wie safe ist der Underground-Fall, dass da noch jemand ist? Nicht auch gesurft, ich hab den hier irgendwo rum-sneaken gesehen. Alles klar. Just now have a problem. Natürlich nicht, jetzt nicht genau dann die Smoke! Wo ist der da? Alter! Ach, ich hab ihm 18 Schaden gemacht mit einem Treffer. Aaaaaah! Sascha, du bist heute aber auch salzig irgendwie. Ich bin irgendwie richtig hart tilted hier. Heute fuckt mich die P90 richtig hart ab. Ja, jetzt weißt du wie es mir so oft geht. Let's show them who we are. Da wird einer sicherlich Mitte gehen. Okay, du gehst Solo B, das find ich gut. Kommt zu dir. Das ist A wahrscheinlich. Selbst Bs Seite. Bin da. Ja. Ey, dass sie so viel mit ihrem Schrotzen weg holen, das ist so frech. Ich find das ehrlich gesagt mega lustig, weil das zeigt wie schlecht die Gegner eigentlich sind. Das zeigt wie schlecht ich bin ey, ich treff grad gar nichts. Ende. Der ist... Ich drück gleich 1 der 4. Ja, der hat mir zwei Herzschutz gegeben mal eben. Wo liegt denn die Bombe? Gegen ihn. Ja, die liegt Mitte. Also das stand bei der Bombe. Ja, die liegt Mitte. Also das stand bei der Bombe. Da gibt es nur eine Waffe, die da dagegen halten kann. Genau die Sascha. Nö. Nö. Also das sind nicht Hue militar dabei. Lass mich auf die rocke hinwecken könnte. Nö. Nö. doch b ok ok nicht gut jetzt sind wir sind aber nicht schlopft so wie wir einfach davor gerult haben und jetzt kriegen wir hart aufs maul ja ich hab voll gerult 05 kda nach 2 9 2 auch kommen kommen so wie er uns klar löscher wo B kommt gar nichts, okay? What the fuck? Was ist los? Wo der Molotow hinflog? Sind schon A, oder? Die Bombe war auf A ges- Irgendjahr. Klar. Im Flug hat er mir ein Headshot gedrückt. Links. Rechts. Da sind noch andere. Hä, was war das Tascha? Du hast mich nicht gesehen. Ich hab auf die Minimap geguckt. Ich hab auf die Minimap geguckt, das war richtig dumm. Ja, ich hab Eco. Ah ne, ich hab 4000, lol. Wir verlieren aber den offenen Band. Wir kriegen genug Kohle. Ja, ganz cool. B. Stop. Block mich halt, Alter, das ist uncool. Alles klar. Hat mir grade... Arme. underground war einer, könnte noch a-moven, ich weiß ja nicht die Ump, er hat's gemacht ey, bleibt bloß nicht mal sitzen der letzte ist Ibrahimović Kais ist der letzte Kais so war nicht gut, dass wir jetzt noch runter geholt haben ich hab jetzt ne harte Echo da, hier alles cool Autosklau das ist real life alles klar, die Autosniper ist tot und da ist auf jeden Fall ne Awe und flasht Diverser Action ja ja, ich weiß musst du machen, ich sehe nichts der Typ fällt nicht um ey den hab ich noch nie im Leben nur einmal getroffen das ist unser das ist unser? ja, tatsächlich noch zwei Leute Action und das ist das das ist die Awe dort ist eine Awe Becker von Ostrop aber zu spät die Wörter nicht schlecht und sie kommt nicht gut aus für uns als Koffer jetzt Juli wohl genau komm her nochmal empfiehren keine Steps B sollte One Upper Palace müssen alle A-Seite sein ja Palace oben einer ich krieg wieder ein Assist ab ey das ist doch echt zum weinen Alter wie alle auf diesem Level halt einfach nur noch mit OP90 spielen das ist so traurig ich hatte keine Waffe ich hab sie aufgesammelt ja ne das ist ja auch okay oh je da guck dir die doch mal an Alter OP90 der eine spielt A der andere OP90 ach so ja dann UMP das ist okay UMP ist fine to me aber mutter ne 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 einfach ne brauch Ansagen ja action 4 Leute hat mir einer instant den header mit Attack 9 gedrückt Team Sled-Shit Team Sled-Shit Wenn sie in der Leganz dann verschieben sie jetzt Ich hab ihn nicht gekriegt Du hast nicht viel Zeit Und haben wir leider verloren Schade Ich hätte nicht gedacht, dass der den Typen noch down kriegt Und wo war der andere überhaupt? Keine Ahnung Ist wohl weggerannt mit seiner A, aber hätte der defused Aber was hätte das gekloppt? Ich freu mich eh, warum die alle so killgeil dann auf A gestürmt sind Nein, das war richtig dumm Da kommt ne Flash oder ne Smoke ange- ne Smoke für City Da kommt ne Flash oder ne Smoke ange- ne Smoke für City B D Ja Yes Fuck, ich brenne. Oh, ich bin verbrannt. Fuck, hol ihn. Bitte. Nein, nicht dein Ernst. So hast du dann alles kriegen können. Ja, hätte ich. Ich habe auch noch eine Eko in der letzten Runde. Oh, fuck. Na ja, so geht so ein Spiel zu Ende. Der rosa hat 99 Punkte. Der steht 4719 oder so. Ja, 4720. B. Bleib auf A, bleib auf A, bleib auf A. Dein Erzfeind ist aber jetzt schon mal weg. Das B. Homme down. Nice. Nice. Letzter. Ne, zwei noch. Beide B. Bleib defensiv. Scheiß drauf, die müssen Bombe holen. Das gibt es nicht, Alter. 38. Achtung, der kommt. Jetzt. Nice. Einen noch, der kommt von derselben Seite wahrscheinlich. Oder von links. Da kommt er. Selbe Seite. Wo? Da. Pfff, so was mache ich nix. Das ist doch ein... Ne. Alter, bei so was könnt ihr mir einfach aufhören, ey. Oh, Goldnova 1, 4722. Mhm. Ach, der Typ, der spielt halt einfach nur P90. Der kriegt erst mal behindert das Spiel. Ah, ich kann's nicht mehr melden, weil das Spiel schon vorbei ist. Ah, doch, kann ich immer noch. Kein Downrank, das wundert mich, bei der Runde. Ja, mein Gott, Sascha. Aber gut, liebe Leute, das war eine neue Runde. Konto-Strike, Global Offensive. Vielen Dank, vielmals fürs Zusehen. Schaut mal auf Scroll vorbei. Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Haul 3. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.